herzlich willkommen bei minecraft 3 wolf 20 mit dem fabio mit mr gelbzucker so einmal habe ich schon mal das hier gemacht ja noch einmal und zwar brauche ich ja eh geht sogar glaube ich schon mal habe ich glaube ich fast alles kann sein geht noch nicht mit zehn platten brauche ich haben wir noch zehn platten irgendwo ah ja gut und zwar brauche ich erst mal die verkehrt geklickt die da brauchen wir erst mal fünf kupferplatten haben wir noch kupferplatten 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 eine fünf haben wir eins haben wir einzige bauen schau mal und danach brauche ich wieder kupferplatten bauen das drin dann brauche ich den hammer ne wo ist der hammer 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 den hast du bestimmt noch den hammer oder ich habe keinen hammer mehr ist er kaputt gegangen ja oder oder steckiges brauchen wir dafür noch so ja im kreis gelaufen jetzt ne war nicht schlecht weiß was ja hast du das andere schon gar nicht gebaut von der Brille hat das andere zeug das wir haben ich glaube braucht den hammer ja ja also fast was ist du hast was du hast du hast Ich hab jetzt so eine halbe So weit überlaufen, ist jetzt ohne Helm. Ohne Helm.. Neeeeeee Ahja Wir brauchen unbedingt den Strom mehr. Mh, machen wir noch. So jetzt haben wir die schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch die Dinger nochmal. Gummi, Gummi, Gummi. 12 Stück Gummi. Hey, hab ich nicht hier Gummi gesehen jetzt? Nein, ich hab sie nicht. Achso. Ohhhh. Ich hab's auch wenig sortiert. Mhm. Weil. Nein. Da war's nicht. 12 Gummis. Sooo. Hammer. Obwohl wir 3 hatten schon mal. Kupfunk. Ich glaub so, Kupfunk hat's von... Ach, verkehrte. Hä? Ehhh. 3 1 2 3 4 3 3 Und jetzt könnte man, ich glaub so wird sie baut, was kann man da noch? Und das ist da unten hin, das ist da unten. Und das ist unten drunter, das ist da. Jawoll! Und noch eins. Hehehehehe. Haben wir erstmal schon mal. Endlich. Jetzt haben wir beide in der Nacht die Brille gemacht. Meine Unterrüstung, meine aufgeladen, deine ist aufgeladen. Hm? Mal aufgeladen. Mal aufladen. Oh, ich brauch viel Kohle. Die braucht schon mal Kohle. Wieder mal da hinten. Jetzt ist sie verflixt, ey. Wie man macht Strom hier. Da kannst du ja, weißt du was bauen können? Die Solaranlage kannst du ja bauen. Für die da hinten? Die mittelspannen. Die mittelspannen. Den Spuns. So, jetzt die mittelspannen. Die Spuns machen. Und ich mach dafür den Helm. So, jetzt mal, die hinten. Die noch. Und ich mach natürlich den perunderen. Und ich hab 12. 2. Kupferkabel noch mal, Kupferkabel hast du noch, sich und reißt du. Ist ja ein bisschen Helm auf. Kupferkabel hast du noch. Da drin sind noch hier. Da drin sind die Kupferkabel. Auf die andere Seite. Auf die andere Kupferkabel. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Auf den nächsten Bauern. Mal gucken. Toll. Eine Blatt haben wir. Haben wir noch einen Generator frei? Was, ein Generator? Wie Generator? Wie Generator. Oh, eine Blatt haben wir. Nein. Müssen wir erst kaufen. Oh. Nein, das ist halt so. 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 Naja, aber wir haben ja bald das geschafft. Deine Nachttisch direkt brauche ich. Gleich okay? Mhm. So. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, hau noch rein und noch ein dickes Asphalt. Tschüss. 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 Ja, wo ich direkt deskepaar.